In diesem Video lese ich die bis jetzt heftigste Nutzer-E-Mail vor, die ich bekommen habe und zwar von einem Menschen, der sich selber als Narzissten bezeichnet, beziehungsweise als jemand mit narzisstischen Tendenzen und in dieser Nutzer-E-Mail beschreibt er mir, wie er durch meine Videos unter anderem gelernt hat, Borderliner zu manipulieren und auszunutzen und bittet mich darum, seine Geschichte einmal auf meinem Kanal vorzustellen und ihm somit natürlich auch eine gewisse Bühne im Internet zu geben. Ich lese die Nutzer-E-Mail vor und sage am Ende noch ein, zwei Dinge dazu, gleich nach dem Intro. Ich lese die E-Mail vor, komplett so, wie ich sie bekommen habe, nur ein bisschen anonymisiert und in Grammatik und Satzbau korrigiert und möchte vorab noch sagen, dass gerade Zuschauer, die selber Borderliner, Borderlinerinnen sind, sich das Video ganz bis zum Ende anschauen sollten, weil sie hier wirklich auch eine Menge für sich selber draus ziehen können und tatsächlich ist das eine sehr interessante Nutzer-E-Mail, weshalb ich sie auch gerne hier vorlese. Das bisschen Bühne für den E-Mail-Schreiber an dieser Stelle ist zu vernachlässigen und in diesem Sinne, denke ich, fangen wir an. Und zwar schreibt er, Servus, mein Name ist XY und ich bin 25 Jahre und ich wollte dir, wie auch viele andere, meine kleine Geschichte erzählen. Es fing alles vor ungefähr einem Jahr an, da lernte ich meine Borderlinerin über Freunde kennen. Um es kurz zu fassen, wir kamen vier Tage später zusammen und sie trennte sich von ihrem damaligen Freund. Der Ex-Freund rief mich kurz darauf an und wir redeten zwei Stunden und er erzählte mir, sie hätte Borderline. Ich war am Anfang etwas stutzig, da ich seine Geschichte und Erfahrungen mit ihr kaum Glauben schenken konnte, da diese Geschichten und Aussagen sehr krass und unglaubwürdig rüberkamen. Trotz allem danke ich ihm für diesen Rat, wir sind heute befreundet. Von daher wusste ich von Anfang an, auf was ich mich einlasse mit der Borderlinerin. Habe mich über diese Krankheit informiert und belesen. So weit, so gut. Ich und die Borderlinerin verbrachten schöne Monate. Sie lebte ein Leben der oberen 10.000, weil ich finanziell sehr gut dastehe. Hab einen guten Job und meine Eltern sind sehr erfolgreich. Und mir in meinem Leben an nichts fehlt, konnten wir machen und kaufen, was wir wollten. Man muss dazu sagen, sie kam aus einem Heim für Essgestörte und Borderline-Patienten. Von daher war sie ja mittellos und hatte kaum Geld zur Verfügung. Noch kurz zu mir. Ich hatte in meinen bis Datum 25 Jahren 16 Beziehungen, mal lange, 3 Jahre, 2 Jahre, mal kurze, die unterschiedlichsten Frauen, arm und reich. Ich bin ein Arschloch, narzisstische Züge zu Frauen, aber sag es denen auch offen. Hab ein großes Selbstbewusstsein und bin ein kleiner Macho. Aber mein Herz auch, wenn es aus Diamantstahl ist. Wir, ich und die Borderlinerin, gingen oft essen und ich kaufte bzw. stattete sie mit den verschiedensten Luxusartikeln aus. Louis Vuitton, Gucci, Dior, irgendeine Marke, die ich noch nie gehört habe, etc. Sie sah nun nicht mehr wie ein dreckiges Heimkind aus, eher wie ein Model, die wie 21 aussieht und nicht so jung, wie sie eigentlich ist. Sie benahm sich auch meinem Alter entsprechend. Wir hatten grandiosen Sex und erfüllte all meine Wünsche, machte mir Geschenke, etc. Wir sahen uns jeden Tag, weil sie es wollte. Ich fühlte mich wie im siebten Himmel mit ihr, aber ich wusste von Anfang an, worauf dieses Verhalten zurückzuführen ist. Ich spielte ein Spiel mit mir selber und wusste immer, welchen Schritt ich als nächstes gehen musste und wie ich mich in welcher Situation zu verhalten hatte. Dabei aber immer zu 100% real. Wie ich ja auch sagte, ich bin ein Arschloch, ein Proll, eine Persönlichkeit und ich glaube, das hat mir in einigen Situationen mit dem Borderliner sehr geholfen. Kurzum hat sie zwar immer versucht, mich in der Beziehung zu manipulieren, habe aber immer wissentlich dagegen gesteuert und machte sie somit meines Erachtens zu meinem Spielball. Klar, in ein paar Situationen hat sie mich im Griff und ich tat, was sie sagte. Wahrscheinlich auch aus doch Liebe zu ihr, beziehungsweise zu meinem eigenen Spiegelbild, aber immer im Fokus, mir selber treu zu bleiben und mich selber nicht zu verlieren. Kurz bevor ich mich trennte, erkannte ich, dass die Idealisierungsphase und Abwertung mir gegenüber abgeschlossen war, als sie sich mit ihrem ersparten Geld ihr eigenes Louis Vuitton Armband kaufte. Wie du weißt, lege ich auf sowas keinen Wert, siehe oben und habe dann vermehrt auf gewisse Anzeichen in den nächsten Tagen gewartet. Diese kamen auch Lügen, eventuell neuer Mann, totale Veränderung, wollte mich immer später sehen und immer weniger. Ich sprach sie einen Tag, bevor ich Schluss machte, darauf an, ich habe ganz normal im ruhigen, aber bestimmten Ton geredet mit ihr. Sie log, kannte aber die Wahrheit hinter den Lügen, also ich, und sie rastete fast aus. Das Letzte, was ich zu ihr sagte, bevor ich mich verabschiedete, war, Wie kann ich dir vertrauen, wenn du mich anlügst und ich die Wahrheit kenne? Später auf WhatsApp wünschte sie mir noch eine gute Nacht mit einem Herz-Emoji. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, was zu tun war. Am nächsten Tag flog eine weitere Lüge von ihr auf und ich trennte mich per WhatsApp. Frage an dich, war es okay, dass ich mich über WhatsApp getrennt habe? Sie versuchte mehr oder weniger, dass ich mich umentscheide. Sie wollte eine Woche Beziehungspause. Nach einem Tag später schrieb ich ihr, dass ich keinen Bock auf eine Beziehungspause habe und so wie es momentan ist, keine weitere Beziehung mit ihr vorstellen kann. Ich blieb also nach wie vor bei meiner Entscheidung, dass ich Schluss gemacht habe. Es kamen die letzten Tage ein paar Nachrichten von ihr mit gewohnten Vorwürfen, die ich sachlich und bestimmt beantwortete. Sie bietet mir eine Freundschaft an, dies lehnte ich aber ab. Am 14.10. schrieb ich ihr, Ich weiß, du schläfst eigentlich noch, jedoch hör jetzt genau zu. Ich kenne die Wahrheit, die ganze Wahrheit über dich und deine Familie, den wirklichen wahren Grund, warum du aus deiner Pflegefamilie rausgeschmissen wurdest, warum so viele Männer dir den Rücken gekehrt haben oder dich verlassen haben. Ich gebe dir heute die einmalige Chance, mit mir ein letztes Mal zu reden und alles gerade zu biegen. Wenn nicht, dann nehme ich meinen heilgebliebenen Spiegel, den du nicht zerschlagen hast können, wieder mit und verlasse dich damit für immer. Ich erwarte auf die SMS keine Antwort, ich bitte dich jedoch, pack alle meine Sachen, die du von mir hast und auch die Sachen, die du von meiner Mutter hast, zusammen. Ich werde sie heute abholen. Ich habe den Vergleich mit dem Spiegel gebracht, da sie ja ein Spiegel meiner selbst war und Borderliner, sobald sie einen Fleck sehen, diesen wie sie es immer tat, zerschlagen möchten. Sie wusste von Anfang an, dass ich wusste, dass sie Borderline, sie kannte ihr Krankheitsbild, war aber nicht in Therapie bzw. sie vor unserer Beziehung abgebrochen und hat es auch vor mir zugegeben bzw. gesagt. Also sie wusste scheinbar, dass er wusste, dass sie Borderline hat, sie hat eine Therapie gemacht, aber vor der Beziehung abgebrochen. Ich schrieb ihr dann, dass ich um die und die Uhrzeit da bin und ihre Sachen und meine Sachen, Gucci-Gürtel, Louis Vuitton, Charles etc. abhole. Es kam keine Antwort. So bin ich nach oben zu ihrem Betreuer und fragte, ob sie da ist. Die Betreuerin schaute nach und kam wieder und sagte mir, dass sie momentan nichts von meinen Sachen hat. Klar hat sie die Sachen von mir noch. Und die Betreuerin hat angedeutet, ihr geht es momentan nicht so gut. Ich sagte zu der Betreuerin, dass ich eigentlich nur meine Sachen holen wollte und ihr ihre zurückgeben möchte, da ich die Beziehung beendet habe. Aber wies die Betreuerin auch darauf hin, dass man mit mir über alles reden könne. Beziehungen, wie es jetzt weitergeht etc. Und ich der Letzte bin, der die Flinte einfach so ins Korn werfe. Natürlich immer mit dem Vorwissen, was ich tat. Ich verabschiedete mich von der Betreuerin und wünschte ihr noch einen schönen Abend. Ich nahm aber die Sachen, die ich ihr geben wollte, wieder mit. Tausch gegen Tausch. Nach ein paar Wochen hin und her hat sie mir meine Sachen widerwillig ausgehändigt. Sie hatte seit dem 29.09. wieder einen neuen Freund. Zu Erinnerung, ich habe mit ihr am 30.10. Schluss gemacht. Am 15.10. ging die Beziehung mit dem Neuen auseinander und sie versuchte den erneuten Kontakt mit mir. Ja, einen Tag später willigte ich ein Treffen ein. Ich versuchte auf sie einzugehen und mit ihr zu reden und stellte sie zur Rede, warum sie mich betrogen habe. Sie jedoch null Einsicht. Ich sagte ihr noch, sie sei doch beziehungsunfähig. Am Abend schrieb ich ihr noch über WhatsApp, bin froh, dass wir uns heute nochmal persönlich getroffen haben. Dadurch ist mir klar geworden, dass du wirklich nicht fähig bist, eine Beziehung zu führen. Hier geht es nicht um mich, sondern auch um jede andere Beziehung, die du eingehen wirst. Bleib einfach bei der Wahrheit, da kommt man besser durchs Leben. Heute ist mir nochmal klar geworden, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, unsere Beziehung zu beenden und auch nicht mehr fortführen könnte und auch nicht mehr wollte. Lebt wohl. Jetzt schrieb sie mir, dass sie mich gesehen hat, letztens in meinem Auto. Keine Antwort meinerseits. Am darauffolgenden Tag kam von ihr noch, ob ich ihren Bikini noch hätte. Ich habe noch nicht darauf geantwortet. Wie soll ich jetzt weiter vorgehen, Weltseele? Jetzt ist die Frage von mir an dich. Wie soll ich weiter vorgehen, beziehungsweise wie findest du, dass ich mich in dieser ganzen Geschichte mit der Borderlinerin verhalten habe? Würde mich freuen um eine Antwort von dir und wünsche dir einen schönen Tag noch. PS, deine Videos haben mir unglaublich geholfen, diese Schritte zu machen und ich wusste immer, was ich tat. Wäre cool, wenn du ein Video über meine Geschichte machen würdest. Ja, und das habe ich an dieser Stelle getan. Letztlich denke ich auch, dass ich dem E-Mail-Schreiber gar nicht so viel zu seiner E-Mail sagen muss. Mach einfach Nullkontakt, beende den Kontakt zu ihr, blockiere sie. Das wäre menschlich das Fährste. Ich denke, im Grunde weiß das der E-Mail-Verfasser auch. Ich sage es nur, der Vollständigkeit hier in diesem Video. Die Bewertung der ganzen Sache hat sich der E-Mail-Schreiber ja auch schon selber eigentlich gegeben. Da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte aber diese E-Mail und ich habe sie trotzdem vorgelesen, auch wenn das natürlich alles eine große Groteske ist, möchte ich einfach mal dazu sagen, dass wir hier sehr schön sehen können. Und das ist auch die wichtige Botschaft, die aus dieser E-Mail hervorgeht. Insbesondere für alle Leute, die selber Borderliner sind. Für alle Leute, die negative Erfahrungen in Beziehungen immer wieder machen, die dysfunktionale Muster haben. Und vielleicht auch für Leute, die selber Narzissten sind und an dieser Stelle sich die Frage stellen sollten, möchte ich wirklich so sein? Denn im Endeffekt ist diese E-Mail ja auch ein Spiegelbild für alle Menschen, die selber Narzissten sind, selber narzisstische Züge haben und ähnliche Dinge tun. Ja, in diesem Fall hat man einfach die Möglichkeit, das mal bei jemand anderem zu sehen. Und da ist halt einfach die Frage, möchte ich tatsächlich so sein, wenn ich so etwas tue? Falls nicht, gilt es natürlich, sich dem anzunehmen. Was aber die eigentliche Moral von der ganzen Geschichte ist, ist die folgende. Nämlich, man kann im Leben nicht cheaten. Es gibt keinen billigen Weg, wenn man irgendwie selbst Borderline-Betroffener ist, dysfunktionale Beziehungen führt, dysfunktionale Verhaltensweisen, Muster hat und so weiter und so fort. Da irgendwie drum herum zu kommen, da legt ja der E-Mail-Schreiber auch, ich denke mal mit voller Absicht auch, den Finger in die Wunde. Denn es gibt immer Leute, die sich zum Beispiel bewusst Informationen über bestimmte Krankheitsbilder oder über Persönlichkeiten raussuchen, um diese Menschen dann manipulieren und ausnutzen zu können. Und genau so verstehe ich auch dieses PS. Und ich bin mir auch durchaus bewusst, was damit beabsichtigt ist, das so zu schreiben und so weiter und so fort. Es gibt diese Menschen immer und immer wieder in der Gesellschaft. Wir sehen auch im Internet, auf YouTube diese ganzen Flirt-Coaches, die Anleitungen geben, Männer, Frauen, Menschen generell zu manipulieren. Das geschieht dann immer so unter der Überschrift. Wie kriege ich ihn, seltener wahrscheinlich, oder wie kriege ich sie ins Bett beim ersten Date? Wie kriege ich sie in eine Beziehung und so weiter und so fort. Und dieser ganze Aufbau, dieses Credo, wie kriege ich jemanden dahin? Da sehen wir schon, dass das alles einen höchsten manipulativen Charakter hat. Dieses ganze Pick-up, Dating-Kram, Flirt-Kram, wie manipuliere ich Leute, wie benutze ich andere Leute, wie scheiße und so weiter. Das ist ja nichts, was jetzt exklusiv wäre hier von dem E-Mail-Verfasser. Es gibt diese Leute überall, die sind überall da draußen. Die sind überall da draußen. Ich denke sogar, dass das eine sehr hohe Anzahl von Menschen ist, die das so machen, die es bewusst tun. Oder wenn wir sogar das Unbewusste, die unbewusste Manipulation, die man dann nicht Manipulation nennt, sondern Unwissenheit. Ja, aber es bleibt im Endeffekt dieselbe Sache. Da draußen gibt es so unzählige Menschen. Und deswegen mein Appell, wenn du dysfunktionale Muster hast, wenn du eine Borderline-Problematik hast, gibt es keinen billigen Weg, sich um eine Therapie drum herum zu drücken, massiv an sich selber zu arbeiten, seine eigenen Muster zu korrigieren. Denn sonst wird man immer wieder auf solche Geschichten hier hereinfallen, wird immer wieder in den Schmerz hineingehen. Der Verfasser der E-Mail hat seine E-Mail betitelt mit Borderline, ein Spiel gegen sich selbst oder ein Kampf gegen sich selbst. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein Spiel gegen sich selbst, glaube ich. Und trifft natürlich auch maximal gewollt. Davon gehe ich aus dem Kern der Sache. Ich habe diese E-Mail vorgelesen, obwohl ich natürlich davon ausgehe, dass der E-Mail-Verfasser durchaus hier auch eine Bühne genießen möchte. Diese Bühne, ich habe es eingangs schon gesagt, an dieser Stelle geschenkt. Es wird ihm im Endeffekt nicht viel nützen. Aber ich denke, diese E-Mail einfach mal als Demonstration auch zu nehmen, um wirklich aufzuzeigen, es gibt keinen billigen Weg. Und es ist so wichtig, an sich selber zu arbeiten und seine Muster zu korrigieren, seine Persönlichkeit auszuarbeiten. Denn nur so werden wir nicht immer wieder in solche Fallen reingeraten. Das ist der einzige Weg, wenn man irgendwie glaubt, rummauscheln zu können, an der harten Arbeit an sich selber vorbeizukommen, auf gut Glück es zu versuchen. Man wird immer und immer wieder diese oder ähnliche Dinge erleben. Und deswegen, wie immer auf meinem Kanal, nochmal mein Appell. Arbeitet an euch selber. Macht eine Therapie, wenn ihr meint oder wisst oder Anzeichen, dass es dafür gibt, dass eine Therapie von Nöten ist. Und in diesem Sinne, lasst euch einfach inspirieren von dieser E-Mail, von diesem Video. Lasst es euch eine Warnung sein. Ich hoffe, dass es so grotesk die ganze Sache auch sein mag, dem einen oder anderen trotzdem weiterhilft. Und ich wünsche jedem wie immer alles Gute auf seinem Lebensweg, für ihn, für euch, für dich und deine Liebsten. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.